Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde W.O.W. Wo ja World of Warcraft in Aratiwecken Ich habe ja noch nicht mal gezeigt was man hier geschenkt bekommen hat für das 11. Geburtsjahr von W.O.W. Da zeige ich jetzt mal kurz erstmal die Waffen und so Da haben wir einmal das hier den Ghoul äh Gnoll Gnoll genau den Gnoll das einmal mach ich weg dann einmal den hier Edwin von was steht da Safe Edwin von Schelf mach mal den auch weg dann das Schwert auf dem Rücken und und was wir letzten schon gesehen habt den Moorloch und dann kann man sich noch hier immer zum buff geben damit man mehr Punkte kriegt was ich die ganze Zeit mal vergessen habe gut dann werde ich mal sagen dann schnappen wir uns hier bisschen Futter ähm wir verwandeln uns in den Menschen oder ne was haben wir den hier ein Gnoll was ist ein Gnoll das ist ein Gnoll das ist ein Gnoll sie checkt aus oder finde ich auch very very nice ok 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 ich werde schon wieder angestellt ich renne hier jetzt gleich wieder hoch im Segenberg ok nur fliegende Schilder das geht hier leider nicht im Segenberg ich werde schon nachdem zum Abwech für wir schauen uns nicht hoch So, jetzt kann ich in Ruhe weiter schreiben. So, jetzt kann ich in Ruhe sein. Oh Ich schreibe viel zu langsam Egal egal So Hier alles Da haben wir es Weg 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 Hmm, 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 hmm. Go, go, go! Ahh, I must make him go. Let's see. Ah, no, no. Let's see. Uh! Whoa! Whoa, whoa! Whoa, whoa! Schnell weiter laufen, die greifen die Schmiede an Ich hab ja gerade den blauen Punkt gesehen, ich dachte die Alice hat gerade unsere Schmiede eingenommen Achtung, die Leute sind die Schmiede, die Schmiede und die Schmiede sind die Schmiede, die Schmiede sind sie. ja dann Schmiede, clean, Hof clean Segewerk Segewerk, Segewerk da sind sie grad hoch Segewerk Ja, war das mein Kühl Ich kann auch hier runterspringen Ich bin ja in Katzengestalt Oder war ich das nicht? Ups, ich war doch nicht in Katzengestalt Aber ich hab's überlebt Knapp, aber überlebt Nein, ich bin nur schnell ein bisschen hoch Ich dachte immer, wenn die Spur benutzt, dass man automatisch in Katzengestalt kommt Warum bin ich nicht in Katzengestalt gegangen? Ich verstehe das nicht Meine Güte noch mal Wollte ich das daran, dass ich den Buff hier drin hab Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich wollte doch springen Ach Mensch, ach Mensch Ich bin sowas von Lane heute Wie ist das nicht ich fliege wo seid ihr nirgendswo greift die gerade alles an und ach ne gibt es manchmal Alice, die gibt es gar nicht zwei müssen ich darf mit zaubern nicht so viel rum sonst sehen sie das hier noch einer ist böse Mensch, böse Mensch der Hof braucht Hilfe die 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 Was ist das? Nein, 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 nein. so wir haben die schmiede geschafft na ja wir haben ja gleich gewonnen dauert ja nicht mehr lange die blutkunstige oh weihe ja Oh, gleich wieder da. Das ist doch naisy. Naisy geysy. Okay. Ach, das ist doch geschafft. Scheißegal. Scheißegal. Ach, noch 10 Punkte. Das müssen wir locker schaffen hier. Und ein Punkt. Gewonnen. Der Sieg in der Arti-Beckel. Aber ich bin da zweig. Oh, ich war mal nicht der letzte. Aber die Flagge eingenommen. Ein Kill. Das ist gut. Gut, da steht. Gut. Das war es mal wieder mit einer Runde World of Warcraft. Im Arti-Beckel. Ich bin mal gespannt, was für ein... Guck mal, wie das aussieht. Was für eine Runde ich morgen kriege. Ach so, bevor ich es vergesse. Nächste Woche habe ich Besuch. Und da bin ich wahrscheinlich... wieder nicht oder weniger spielen. Und da weiß ich nicht, ob ich aufnehmen kann. Wenn ich... wenn der Besuchter ist. Weil der Besuchter kommt, der... hält nichts von Computerspielen. Deswegen war er wahrscheinlich sehr viel unterwegs sein und draußen was machen. Und und und. Aber bestimmt kein Computerspiel. oder sehr wahrscheinlich kein Computerspielen. Ich werde probieren am Wochenende wieder irgendein... Free2Play Game zu zocken. Und das würde ich dann probieren aufzunehmen. Und dann werde ich halt... die Woche halt nur... Free2Play einmal... zeigen. Aber... Vielleicht kommen wir doch noch zum Spielen. Ach, lassen wir uns überraschen. Also... Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.